und damit herzlich willkommen zur neuen runde rocket league ranked mit dabei ist der joshua wir kommen immer näher in richtung platin und ist unser erstes spiel zusammen seit keine ahnung der zeit ist zeit die länger ist als zwei tage deswegen ist unser ziel heute einfach erst mal nicht rein scheißen ihr habt ja unsere erste niederlage bereits gesehen im letzten match und ich denke ich denke da wollen wir heute dran anknüpfen ja da wollen wir dran anknüpfen und deswegen dachte mir wir liegen einfach mal direkt am anfang hinten er lasst den last der gibt es also jetzt genau machen könnte ich wollte nicht dass ich ihn verhauste da kann man es mal so einfach mit dem lüpfer machen also ja josh wie geht's so wir haben uns lange nicht gehört ja stimmt ne ich wurde gerannt wir werden uns dann auf die woche nicht mehr ja das ist kein problem hast du ja neue freunde gefunden ne ne aber ich muss ja die videos schreiben ach was die leute haben gar nicht wissen was deine grafikkarte bestellt ja wir kommen morgen an aber ich bin am morgen fünf tage später geweckt also ich kann am montag meinen pc aufsetzen ja am montag früh bitte damit wir am montag nachmittag aufnehmen können ja ja weil joshua wieder mit videos schneid das heißt die video qualität nimmt leider wieder ein bisschen ab ja welche video qualität ganz ehrlich joshua wird aber auch ein bisschen videos schneiden das heißt ihr werdet hoffentlich dann regelmäßiger mehr videos bekommen nicht so wie gerade halt weil ich da zeit habe und lust aber ist selbst alleine klösses und mädchen wir haben habe ich ich weiß nicht gesehen schade okay gott damit der ist gefährlich der war ich wollte ihn hochlegen also dass er besser trifft dann müssen wir aber hier mal gas zurück gehen wir okay auch die attacke fährst du drauf ich werde uns holen ja okay ich habe den ball alles gut war ein fake damit er raus fährt sehr gut josh ach fuck das war zu hoch war nicht sehr gut bin einfach zweimal 30 geflogen komm 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 der ist drin josh ok das war gut gehalten ja der war gut gehalten das ist gut oh der ist ja gut der ist rechtzeitig hinten oh gott die folge ist auch fack mittel ok war zwar mit aber ein bisschen weit mittel also nicht mit gerechnet aber dank schön ich bin voll lang in der luft und das ist nicht gut oh nice one dann geht es noch 1 3 so ganz ehrlich normalerweise wirklich spiel geht es immer so mega schnell die zeit vorbei ja wenn wir aufhören dauert es immer stunden wow alles gut komm mal oh fuck 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 nice josh okay sehr gut geweckt sorry aber das ist gut ich wollte den ist der kurs für dich ich habe bin ich da ich habe nur okay aber jetzt ja der war zu sehr gut habe ich richtig gut getroffen aller fahrt ist auch schlecht okay nice und dazu bin ich oben auch da bin ich nicht da bin ich nicht da bin ich nicht da bin ich nicht da sehe ich mich jetzt nicht oh gott das ist nicht ich habe den typ ein bisschen weg geräumt aber ich kann versprechen dass es reicht doch sagt hat geräumt hat geräumt ich habe reingeschissen josh ich habe reingeschissen ja ich war alarm alarm wenn das jetzt ist es alarm nee 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 ja das war es wohl mehr how to waste a good game in five seconds wir fangen an wie es in der letzten folge aufgehört hat und zwar mit rein scheißen ja von nun an geht es bergab ne vielleicht wird das nächste game ja ein bisschen besser ach ich muss qualität ins video bringen ach ja und kommen wir gegen die aber es war auch die erste runde mein gott ne aber die erste runde seit langem ja da kann man auch mal rein das ist wichtig dass man rein scheißt vor allem büßt du musst fahren oh oh goddammit da war er schneller schneller schnelle hab ich hast du das war so nicht gewollt ich wollte den ball nicht reingegangen wäre der typisch da gewesen oh der kommt scheiße zurück sehr schön danke fuck ich habe gedacht er springt ja durch vorbei alles gut ich weiß nicht wo er hin wollte sehr schön egal der kommt nach vorne ja fakt viel zu schnell sorry bringen wir nochmal bitte ja das ist ein schlechter scherz da klaut er immer auf den boost aber kann ich nicht reagieren alter ne ich hatte auch kein boost also ich wollte da rangehen aber hab dann gecheckt dass ich kein boost hab das war dumm von mir hier ich werde einfach im tor chillen sollen naja ja dann müssen wir jetzt wieder einen rückstand aufholen ich mach mal ganz ja sonst nix im bin ich heute auch nicht so auf der höhe nice den hätte ich nicht gehabt hab ich den hast du kommt verkackst er verkackts nicht das hat er ja noch nie gemacht sehr schön sehr schön ok nice schade was hab ich denn warum hab ich das getan in rocket League hab ich immer so ein schreibpotenzial obwohl ich eigentlich voll der ausgeglichene mensch bin nein alles klar ja ja geh weg geh weg josh geh weg doch der doch oh god felix felix ich hab den typ mal kurz weg gemacht das hilft uns glaube ich nicht so sehr aber macht spaß ne nein ich wollte mir eigentlich vorgestellt den ball zu kriegen aber das ist nicht gut josh für dich ok reingehen können ja vertraut vertraut wir müssen das action zeigen zwei minuten noch ja bei mitte die ist gut yes man ich höre gut drauf ich habe wieder profit gemacht jo da kommen wir müssen auch mal hier eine folge gewinnen in der folge sonst werde ich die folge nennen eine folge gewinnen in der folge ja er hat die runter gewinnen ach man ich bin auch schon wieder so kernbehindert alter ok das war schon mal nicht so schlecht fuck ich bin in die karte gefahren zu glück ok nein mach weiter ich komm bitte musste ich so machen war scheiße war gut naja ja doch war ok ok weil es ein bisschen dumm easy save alter nix können er da ok fahr nach vorne naja oh fuck oh fuck moin musste mal kurz den ball hier nach vorne bewegen fahr du drauf ne ok das ist schlecht boah shit alter da muss ich voll krass hier überlegen hast du den ja alles klar alles klar ich treff dich alles cool warum spiele ich den denn da in die Mitte alles gut warum gehe denn in den neu oh er hat mich geblockt ja pop block schon jetzt nicht nicht wieder nicht schon wieder das war nicht gut 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 alles gut immerhin verlängerung das ist quasi nicht verloren wenn wir jetzt verlieren das ist aber nur pech ich stehe in den ball vor habe ich komm trifft ihn ok fuck ne ich hätte ihn gut verlängern können ey scheiße scheiße ey habe ich war hinterher verhält den hast du gut mashallah bruder hättest du es hättest du wirst halt nicht ins tor gesprungen dann habe ich das habe ich in deinem geschossen fuck wir machen diese bille nicht mehr ne deshalb haben wir auch das nette spiel chill chill jetzt nur nicht rein scheißen josh ja felix dann hättest du nichts machen können so wie ich stand deiner ja meiner mega schlecht egal lieber mega schlecht als gar nicht das ist wie beim sechs nirg nirg ich dachte ich hab's verkackt jetzt nicht die konzentration verlieren hier ja den hab ich nicht ja den hab ich nicht er ist zu weit den hab ich vielleicht den hast du auch Achtung, der ist aber nicht gut. Okay, wenn, dann hast du. Och ne, er ist doch einfach ein schlechter Scherz. Geh weg! Ja, bin ich. Du Hurenkind, das war voll der geile Play von ihr. Der muss uns spielen, sehr schön. Ähm, okay. Ja, das geht aber um drüber. Ah, ich bin über die Kante gesprungen. Boah, nice, okay, ich wusste nicht, dass du den kriegst, sehr schön. Wir gucken uns noch einen Moment hinten. Ah, schade. Oh, der könnte gut sein, wenn er ihn jetzt... Oh nein, der trifft ihn gut. Der geht rein, der geht rein, der geht rein, der geht rein, der geht rein! Ah, das ist die Folge, die niemals online kommen wird. RIP, Alter! Wir hängen noch eine hinten dran, wir sind erst mal 15 Minuten, ja? Hängt noch eine hinten dran, dann gewinnen wir noch eine. Alter. Das sind wir den Leuten schuldig, Hirsch, ja? So ne schöne 20 Minuten vorüber. Ach, Alter. Ja, was ist er denn unten? Das Brosse, oder was? Ja. Er hat mehr Punkte als du, Alter. Der Bronze hat mehr Punkte als du. Der Bronze hat mehr Punkte als du. Der Bronze hat mehr Punkte als du. So ist es Leben. Aber denkt euch immer, wir hatten auch drei Niederlagen hintereinander. Wow. Es gibt Leute... Ja. Ja. Ach ja, mein Gott. Nice. Ich hab wenig Boost. Nice. Ich hab wenig Boost. Was ist das denn gut? Ich hab gesagt, nice, dass du den Ball getroffen hast. Ich schweige. Ja, der ist doch schon wieder nicht drin. Alter, die sind so... Die haben so scheiße gebaut, Alter. Also der eine von beiden. Was hab ich grad eben gemacht? Egal. Schade. Ja, war klar, dass er das vorhat. Aber nicht mit mir, du Penner. Ja. Musste ich hingehen, sorry. Feier. Genau, gibt Gas, gibt Gas. Hast du keinen Boost? Nee. Und der wird jetzt echt scheiße. Der wird, Alter. War schon mal hinter. Keinig Vertrag. Guter Pass, Bruder. Boah, wir führen endlich mal. Krass, das kennen wir gar nicht das Gefühl, oder? Weißt du, da haben wir auch hinten gelegen, oder? Ich weiss gar nicht. Keine Ahnung. Immer bei diesem Geräusch erschreck ich so, gell? Danke, Josch. Hättest du ihn reingemacht? Ja. Also er wäre zumindest aufs Tor gegangen. Ob ich ihn reinmache, ist immer noch so eine andere Sache. Na mein Gott. Sieht grad so gut, weißt du? Da muss man wieder mal einen Downer-Kazin. Boah, shit, Alter. Fuck, ich hab ja drüber bekommen. Oh Gott. Jetzt gibt's Kinder. Alter, nein. Ich hab mich nicht gescheit gerührt. Schade, der Pass war gut. Oh. Fuck. Der Pass war auch gut. Ja, mein Block aber auch geboren, Kind. Ich hab nämlich einen, ich hab so College-Block von Aldi, Bruder. Okay. Okay, nice shot. Richtiges Luck-Goal, Alter. Ohne Scheiß. Aber egal, man muss auch mal Glück im Leben haben, ne? Wenn man schon kein Glück beim Kisten öffnen hat. Okay. Gell. Gell. Lass mal weg mit der Kiste. Komm dort hinten schön in die Ecke. Sehr schön. Ja, berühr den Ball am besten. Dankeschön. Ich geh nicht dran. Warum? Fährst du mit? Ja. Es freut mich, aber ich mache das Tor. Ah, ich hab dich auch noch reingepresst. Ja, ich hab jetzt noch mal was anderes reinpresst, nämlich so richtig Kackwurst ins Klo. So nicht das, was du jetzt gemacht hast. Ja. Fähr du. Och nö. Hättest du hier nochmal hinfahren können. Ja, machs ja auch. Guter Pass. Jungs, guck mal, das ist nochmal ein schöner Abschluss für die Folge hier. Ganz ehrlich. Da gewinnen wir doch nichts zusammen. Einmal gegen Bobos spielen. Kann man mal machen Ja, moin Das war's dann mit der heutigen Folge Rockleague Hau rein, wenn's euch gefallen hat, ich freu mich rein Ja, moin